Herzlich willkommen zum GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter Agentur, welche sich auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte spezialisiert hat. Kunden, die sich eine Mustervorlage für ihre Doktorarbeit schreiben lassen möchten, sind bei GWriters natürlich genau richtig. In diesem Video wollen wir euch einmal das Thema Doktorarbeit schreiben lassen, so läuft es ab, vorstellen und zeigen euch dafür, wie der Ablauf von der Anfrage bis hin zur finalen Auslieferung der Mustervorlage aussieht. Eure Anfrage ist bei GWriters natürlich im ersten Mal unverbindlich. Weiterhin gehen wir verantwortungsvoll mit den Daten unserer Kunden um und selbst wenn ihr nicht anonym bei uns anfragt, werden eure Daten natürlich diskret behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Zur Anfrage erfolgt eine Zusammenfassung aller relevanten Daten eures Projektes mit euch zusammen. Wir werden dann im Vorfeld schon mal eine Vorauswahl passender Ghostwriter und Lektoren für die anschließende Zweitkorrektur eben durchführen, um uns entsprechende Preise einzuholen. Weiterhin werden die konkreten Rahmenbedingungen eures Projektes natürlich festgelegt und mit euch vereinbart, sodass wir in der Lage sind, euch ein konkretes Angebot zu geben, welches einen Festpreis hat und keine versteckten Kosten. Sobald ihr dieses Angebot dann angenommen habt, erfolgt der Auftrag eben und die eigentliche Schreibphase. Dabei läuft die gesamte Kommunikation, wenn gewünscht, anonym ab und das Ganze in schriftlicher oder telefonischer Form. Selbstverständlich könnt ihr auch andere Kommunikationskanäle benutzen. Bitte gebt uns bzw. eurem individuellen Projektbetreuer dafür einfach Bescheid. Damit sind wir auch direkt beim nächsten Punkt. Ihr bekommt einen individuellen Projektbetreuer, welcher euch kontinuierlich mit Rat und Tat zur Seite steht und für Anfragen eben für euch da ist. Weiterhin bekommt ihr Teillieferungen, um auch stetig Einblick in den aktuellen Schreibprozess zu erhalten und inhaltlich Einfluss nehmen zu können, wenn ihr es denn dann möchtet. Mit den Teillieferungen werden auch die Teilzahlungen fällig. Das bedeutet, ihr müsst nicht alles an einem Stück bezahlen. Damit habt ihr die Sicherheit, wirklich auch ein qualitativ hochwertiges Werk zu bekommen. Könnt immer wieder Einblick nehmen und der Autor hat natürlich auch die Sicherheit, entsprechend für seine Leistung entlohnt zu werden. Nachdem die eigentliche Schreibphase mit allen Zwischenstops und Teillieferungen abgeschlossen ist, erfolgt der Feinschliff. Das bedeutet, es werden Korrekturschleifen durchgeführt, die natürlich kostenlos sind. Ihr könnt Feedback zur Arbeit geben und dieses Feedback wird für euch eingearbeitet von eurem Ghostwriter. Es erfolgt natürlich eine Plagiatsprüfung der Mustervorlage, welche ihr für eure Doktorarbeit schreiben lasst und ein zweites Lektorat bzw. eine zweite Korrektur im Vier-Augen-Prinzip. Mit der finalen Lieferung bekommt ihr dann eben eure individuelle Mustervorlage der Doktorarbeit, welche qualitätsgeprüft ist, ein Unikat ist, also nicht noch einmal in anderer Form irgendwo existiert, welche plagiatsfrei ist. Und da wir wie gesagt diskret mit euren Daten umgehen und der Datenschutz für uns besonders wichtig ist, werden auch alle Kunden und Auftragsdaten im Anschluss an den Auftrag gelöscht. Ich hoffe, ich konnte euch einmal näher bringen, wie auch ihr eine Mustervorlage für eure Doktorarbeit schreiben lassen könnt bei GWriters und freue mich, dass ihr zugesehen habt.